Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Okay, ruhiger Team. Vielleicht schmiert er nicht ab, jetzt gebe ich ihm auch noch etwas Ding dazu. Was gibst du dazu? Flaps. Sind sie jetzt ausgefahren? Oh nein, vor der Ellen weiterzumachen. Probieren wir nochmal. Oh, da wird er aber ganz langsam. Gut, okay. Das ist dann wirklich nur noch für die letzten Meter. Oder zum mal einen extrem langsamen Überflug machen. Oh. 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 Oh, oh. Oh.